Moin Pamarillos, mein Name ist Sonny, ihr seid hier auf Rapsplay und weiter geht's... Oh, oh, okay, ich bin da. Du bist jetzt schon in dem Haus drin. Da hab ich ja grad Schritte gehört. Ich hör gar nichts, ich hör nur den Lüfter von meinem Computer. Hier oben, wo der Heli ist, mal drauf. Ich komm jetzt zu dir, ja, wenn das Schritte sind, sind das meine. Ich glaub, es gibt keinen Fallschaden hier, kann das sein? Nee, nee. Kann man auch von ganz oben runterspringen irgendwo? Ich trau mich nicht, das auszuprobieren, weil ich so viel hab. Wenn wir aber sterben, dann probieren wir das mal aus. Ja, ja. MP45. So, ich hör deine Schritte, wie kommst du da rein? Äh, Haupteingang. Hier durch den Zaun. Hier sind Sandsäcke. Das erinnert mich an das Haus in Boulder City. Nee, in Campus City. Nee, wie hieß das? Bei Worsi, die große Stadt. Äh. Boulder oder Campus? Campus. War die mit den hohen Häusern. MS4. MS4 Spec Ops. Ja, die ist schlecht, da hab ich eben schon... Alter, pass auf, hier ist eine Kackmatte. Oh, oh. Ja, ich bin schon drüber gelaufen, ich blute. Hier kommen wir gar nicht weiter hoch, ne? Nee. Von außen irgendwie, erste Stock, Seitentreppe oder so. Ich hab mal meine Blutung gestoppt mit einem Tampon. Was, was ist hier? Gauge Bugshot? Brauchen wir nicht. Wo ist denn die Außentreppe? Weiß ich nicht. Gibt's hier überhaupt eine? Ja, ja. Ja, ja heißt, leck mich am Arsch. Also hier ist ein offenes Fenster, aber keine Treppe. Äh, Munition. Was ist da? Da war doch noch irgendwas. Da müssen wir jetzt ruckeln. Ja, weil hier so viel Kram liegt. Mhm. Aua, aua, aua. Oh, ich seh's. Civilian Loot Bag. Wenigstens blute ich nicht. Wo ist die Außenleiter? Äh. Jetzt hab ich das hier. Hier auf der Seite ist sie nicht. Ah, hier ist sie. Wo? Wo bist sie? Ja. Hä, komm ich gar nicht rein. Hüpfen, ducken. Hier ist noch ein Civilian Loot Bag. Oh, hier ist noch so eine scheiß Motte. Müssten wir zerschießen können, die scheiß Hinge, gell? Äh, warte mal. Ich muss mir hier alles droppen. Ja, oder wenigstens entfernen oder so. Keine Ahnung. Wolfstrom Elite, der hab ich doch an. Weiß ich, ich könnte mal noch einen Brunnen gebrauchen. Ja. Wo ist ne Matte? Hier oben. Du musst aufs Geländer springen. Ja, gute Idee. Oh, es hat nichts gebracht. Oh, jetzt blute ich schon wieder. Oh. Mann. Ah, hier ist der Hubi. Level 3 Armor. Bugshots. Bin im Heli. Cool. Ist aber geil gelandet hier. Oh, Baum. Baum, Baum, Baum sind alle meine. Weiß ich nicht. Wo sind die Gegner? Ja, ist jetzt die Frage, ob hier überhaupt noch jemand ist. Der Alkoholik von eben. Der ist bestimmt aufgegangen, der hat keinen Bock mehr. Der hat die Schnauze voll. Mann, ich krieg die ganze Zeit Schaden. Schaden? Ja, weil ich nichts zu essen hab. Ähm, ich will mal hier die Mine ausprobieren. Leg die einfach mal hier irgendwie hin. Okay, jetzt hab ich die da hingelegt. Also nicht auf das Nagelbrett treten da auf der, auf der Kiste. Ja, auf der Kiste, auf der Treppe meine ich. Ah, hier ist Munition. Wo? Auf der Treppe. Da liegt ne Mine? Ja, da hab ich ne Mine hingelegt. Geh die gar nicht. Ja, deswegen, die liegt auf dem Nageldinge. Sollen wir mal drauf schießen? Nee. Na, guck mal, was passiert. Ich will, dass da jemand reinläuft und stirbt. Ich geb nochmal Stats ein. Oh! Wow, wow, wow. Hast du das gesehen? Nee, ich hab grad weggeguckt. Ich hab's dann nur gehört. Ich hab zwei Kills und bin ab und gestorben. Übelst die Explosion. Ja, ich hab nur den Rauch gesehen. Server Shutting Down. Server Shutting Down. Oh, was ist denn jetzt los? Wann denn? Ich hör Schritte. Da, ich hör jemanden. Ja. Äh, was mach ich denn? Nimm die sieben. Der ist unter uns. Ja, dann suchen wir den, komm. Hör auf zu rennen, Alter. Fährt jetzt eh runter. Der kommt ja gleich wieder die Treppe. Warum, warum läufst du auf der Stelle? Was? Du läufst bei mir auf der Stelle. Oh, der Server ist runtergefahren. Scheiße. Nein, ey, jetzt war da einer. Oh, Mann. Oh, Error. Komplett aus dem Spiel raus. Ja, ich auch. Komm, ich probier nochmal hier. Nee. Game Session Active steht hier. Try Later. Ja, dann war's das wohl für heute, oder? Sieht so aus. Game Session Active? Aber wenn wir noch nicht richtig vom Server irgendwie runter sind oder so, ne? Ja, kann gut sein. Ja gut, wenn die den jetzt runterfahren, dann kommt morgen bestimmt nochmal ein... Dings drauf oder so. Irgendein Patch oder ein paar Bugfixes, keine Ahnung. Ja, gut. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Ja, sieht so aus. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bei Murillos. Das war eine sehr kurze Folge, aber gut, was soll ich jetzt machen? Ja. Dann, äh, bis zur nächsten Folge. Stay BAM. Tschüss. Anzug. Bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nix verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch. Trete, schick den Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro... Ja, ich habe Verbindungspro...